ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video wie ihr sehen könnt hocke ich heute vor einem großen haufen einweg paletten und aus diesen einweg paletten möchte ich heute etwas kinderfreundliches bauen bzw ein spielzeug für kleine kinder und viele haben es ja wahrscheinlich schon erraten auf meinem instagram account da hatte ich mal so eine kleine skizze entworfen gehabt und ja wir wollen ein kleines spielhaus bauen für kinder diese einweg paletten bekommt ihr günstig beim händler meistens bekommen die geschenkt da es einweg paletten sind die nur für ein zweimaligen gebrauch produziert werden ja ich hoffe euch gefällt dieses video und wünsche viel spaß beim nachbauen das spielhaus fundament besteht aus vier einweg paletten diese müssen wir bevor wir das ganze zusammen schrauben mit einer stichsäge oder eine kreissäge begradigen danach können wir die vier paletten miteinander verbinden hierfür verwende ich einfach schrauben die ich kreuz und quer durch die paletten schraube zu hilfe verwende ich schraubzwingen sobald ihr alle vier paletten miteinander verbunden habt könnt ihr wenn ihr mögt in den zwischenräumen dachlatten hinein schrauben so habt ihr dann eine schöne ebene fläche die rückwand und die vorderwand von dem spielhaus bestehen jeweils aus zwei einweg paletten die wir wieder miteinander verbunden haben das gleiche prinzip wie mit dem fundament nun fehlen noch zwei schrägen die ich mir mit dem gliedermaßstab anzeichnen danach können wir das ganze mit der kreissäge und mit der stichsäge ausarbeiten für dieses projekt sind erstaunlich wenig werkzeuge von nöten alle benötigten werkzeuge die hierfür verwende verlinke ich euch unten in der video beschreibung ich habe eine große Menge an Kronische E-Tipps festgestellt ich habe mich noch mal mit dem schrauben und schrauben ich habe mich noch mal mit der kreissäge und ich habe mich noch nicht wo ich habe mich noch nicht mehr so gut ich habe mich noch nicht mehr so gut ich habe mich noch nicht mehr so gut Worauf ihr unbedingt achten solltet, ist, dass die Schräge von der Rückwand und von der Frontwand nicht tiefer angezeichnet wird als eine Einwegpalette. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Einwegpalette etwas höher als die Schräge. Und noch ein kleiner Tipp von mir, bevor ihr das Ganze zusammenschraubt, solltet ihr eventuell die Fenster und Türen vorweg aussägen. Dies erspart euch ungemein an Arbeit. Und hier könnt ihr noch mal den Fehler sehen, den ich vorhin angesprochen habe. Nun müssen wir alles mühsam begradigen. Zur Hilfe haben wir uns eine Kettensäge genommen. Aber dies war nicht das Ziel. Also Obacht beim Anzeichnen der Schräge. Und da das Spielhaus eine kleine Veranda haben sollte, habe ich einfach aus zwei Bretter einen Pfosten gezaubert, die ich einfach unten an die Palette befestigt habe. Danach verwenden wir hier USB-Platten, die wir oben auf dem Holz mit Schrauben befestigen. Ihr könnt natürlich auch andere Plattenmaterialien dafür verwenden. USB-Platte war gerade ein Restbestand, den wir gut hier für dieses Projekt verbauen konnten. Und wer das Ganze ziemlich dicht haben möchte, kann auf der USB-Platte noch eine Dachpappe ausrollen und mit Dachpappennäbeln befestigen. Danach kommen dann einfach oben Bretter drauf genagelt. Den überschüssigen Dachüberstand könnt ihr dann mit einer Handkreissäge oder einer Stichsäge entnehmen. Und nun geht es eine Außenfassade weiter. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe mich dafür entschieden, einfach Bretter auf die Lücken zu schrauben. Und dieses System habe ich auch beim Dach weitergeführt. Und bei diesem Projekt gilt es gute Arbeitsaufteilung. Einer schraubt und der andere zerlegt die Palette. Dabei solltet ihr darauf achten, dass sie auch die Nägel komplett entfernt. Da dies ja ein Spielhaus wird und wir wollen ja nicht, dass die Kinder sich beim Spielen verletzen. Und nur noch schnell eine Veranda gezaubert. Wie bereits erwähnt, benötigt ihr für dieses Projekt nicht viel Werkzeug. Ein Akkuschrauber und eine Stichsäge genügen vollkommen aus. Des Weiteren eventuell ein Schleifgerät und zwei unterschiedliche paar Schrauben Längen. Die erste Sorte, damit ihr die Paletten miteinander verbinden könnt. Und die zweite Sorte, damit ihr Brett am Brett schrauben könnt. Und natürlich darf kein Blumenkasten an so einer tollen Veranda fehlen. Und zu guter Letzt habe ich natürlich die Fenster und Türen vergessen. Die Tür säge ich jetzt nochmal schnell aus mit der Stichsäge. Diesen Arbeitsschritt könnt ihr euch natürlich sparen, indem ihr vorweg die Fenster und Türen euch anzeichnet und bevor ihr das Ganze zusammenbaut, aussägt. Und nun folgt der Feinschliff. Dies ist bei diesem Projekt sehr, sehr wichtig, da wir ja nicht wollen, dass die Kleinkinder sich bei diesem Spielhaus verletzen. Und da Mr. Handwerk bekanntlich zwei grüne Daumen hat, bepflanze ich mal schnell den kleinen Blumenkasten. Achja, hier oben rechts im Bild verlinke ich euch meine Playlist von mir. Dort findet ihr tolle Blumenkästen. Zum Beispiel einen LED Blumenkasten für draußen oder einen ganz einfachen, den ihr euch aus Dachladen zaubern könnt. Und nun noch nicht abschalten, bleibt bitte bis zum Ende dran. Musik So, vier Stunden später, beziehungsweise fünf mit zwei Mann, ist das Ergebnis vollbracht. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist es echt Wahnsinn, was man aus so ein paar Einwegpaletten zaubern kann. Jetzt fehlt noch ein bisschen Farbe, aber das überlassen wir dann die Kleinkinder. Und wir haben sogar noch eine kleine Veranda hier gezaubert. Wichtig ist halt, dass man hier alle Kanten schön abschleift, damit die Kleinen sich nicht verletzen können. Und wir haben hier noch einen kleinen Blumenkasten gezaubert. Auch wunderbar. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Würde mich wie immer über ein Like von euch freuen. Und hier ist der Abonnier-Button, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ansonsten sind noch hier die zwei letzten Videos von mir. Würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik